Und dann muss ich mir hier auf der Insel das Eisern doch noch holen. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Vielen Dank. 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 Und dann noch mal ein Abstecher zur Bodilinsel. Vielen Dank. Und dann noch mal ein Abstecher. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, machen wir jetzt wieder zweimal Eisenbarren. Die machen wir dann zu den Kugeln. Dann haben wir wieder 10 Versuche. Aber ich hoffe nicht, dass ich alle 10 Versuche brauche. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Material hätte ich... Dann hätte ich schon wieder alles an Eisen verbraucht, das würde ich eigentlich auch... ... ...zauw... 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 Also bei dem Schiff entwickelt sich das zum Running Gag, wenn ich drauf will, dass ich Wasserfall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neues Ziel, suche nach dem Brunnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow. Voll neblig da, also geht der ruhig hier irgendwie weiter, ne? Hier. Oh. 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 Oh, was ist das denn für... Schwarzer Panther. Okay. Da hab ich was und da hab ich was übersehen. Oh, Gürteltier. Wieso, ich hab's doch noch gar nicht gekillt. Warum ist das nicht... Schwarzer Eber. Okay. Okidoki. Okidoki. Äh, besonderes. Gucke gerade auf irgendwas Besonderes. Und hier geht's wo. Da ist ne Wasserquelle. Da suche ich auf was. Naja, egal. Da seh ich ne Tafel funkeln. Ach, das ist das bei dem schwarzen Panther. Ok. Da hab ich noch. Gold vorkommen. Oh. Ja, nee. Anderseits muss wahrscheinlich da... Ich will hier hoch, das heißt, ich muss nur geradeaus. Und gucken, dass ich keinem... ...lieber oder sonst was gerade in die Queere kam. Oh, nur den Palast. Oh, nur den Palast. Die Zeichnung auf dieser Tafel zeigt Prüfungen, die der Nachfolge durchlaufen muss. Um den Brunnen zu erreichen. Rundschnitzerei einer Goldader. Ja, weiß ich wo die ist, das ist nicht das Problem. Rundschnitzerei einer Goldschnitzerei einer Goldschnitzerei. Rundschnitzerei einer Goldschnitzerei einer Goldschnitzerei. Rundschnitzerei einer Goldschnitzerei einer Goldschnitzerei. Gehen wir zu der Goldader zurück. Und holen wir das Gold da. Vielleicht brauche ich das Gold. Alles kann ich natürlich. Meine Spitzhacke ist auch nicht gut genug aufgeladen. Na gut, dann muss ich erstmal wieder abbrechen. Und retour. Ich bin jetzt wieder abbrechen. 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 Nein, nein, nein. Ich bin jetzt wieder abbrechen. Ich bin jetzt wieder abbrechen. Oh. Toll. Du hast nichts drin. Und hier ist das Loch. Und hier ist das Loch. Na toll. Bis darum. Dschungelberde. Kohle, Kupfer, Gold und Stein. Ja. Hallo, Koralle, Bambus, Brotbruch, Freunde. Aber da brauche ich ein bisschen Equip mehr. Ich glaube, dafür muss ich auch erstmal eine Zeit anfahren. Kann ich die Insel da richtig erkunden? Hm. Also die Löcher haben wir ja jetzt gesprengt. Das heißt, wir kommen ja jetzt schön rein. Ja. 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 Vielen Dank.